Von ideenreicher Kunst umgeben wird der neue Audi TT Roadster spektakulär bei der Fine Art of Fashion Tournee durch Deutschland präsentiert. Bei einer Modenschau der Extraklasse, der Metrovision Show, wird eindrucksvoll Mode, Kunst und Autodesign miteinander vereint. Eine multidimensionale Atmosphäre erfüllt den Raum. Auf dem Laufsteg einer virtuellen Straße findet ein spannender, inspirierender und innovativer Transfer zwischen Mode, Auto, Lifestyle und Kunst statt. Die erfahrene Designerin Susanne Wiebe und der Künstler Hans M. Bachmeier tauchten für die Show gemeinsam ein in die Welt der dynamischen asiatischen Metropolen, geprägt von Tradition und Moderne. Den Zuschauer erwartet im Grunde genommen einen Film aus dem Herzen eines Audis mit der Visualisierung von einem nächtlichen Shanghai und Hongkong. Gebadet in den Farben, die auch in der Kollektion auftauchen, die Hans Matthäus Bachmeier wunderbar übersetzt hat in Inkjets. Diese Inkjets sind Bilder aus dem Film, die auf eigens angefertigte, exklusive Stoffe gedruckt werden. Daraus kreierte Susanne Wiebe eine extravagante, vielfältige Kollektion mit auffallenden Farben. Eine Verflechtung aus Kunst, Mode und Automobil. Weltweit einzigartig. Diese gemeinsame Visualisierung von Film und Moment der Straße plus den Models gibt einfach eine sehr schöne dreidimensionale Erfahrung. Höhepunkt der Fine Art Profession Tour. Der neue Audi TT Roadster rollt erstmals in der Finanzmetropole Frankfurt ins Licht der Öffentlichkeit. Weitere Städte wie Berlin und Hamburg folgten. Der Audi TT Roadster – Tourismus in seiner schönsten Form. Der neue TT Roadster ist wieder ein Statement von Audi zum Thema Design. Und durch das Thema Technik und Design unterscheiden wir uns wesentlich zum Wettbewerb. Wir haben seine sehr guten Eigenschaften, die sportlichen Eigenschaften und das emotionale Design noch verbessert. Er ist zum Beispiel etwas länger geworden, etwas breiter geworden, aber nicht wesentlich höher. Dadurch wirkt er langgestreckter, noch erwachsener, noch mehr Sportwagen mäßig. Zeitgenössische Ideen, ausdrucksstarke Formen, Qualität und Ästhetik eint das Design der Partner aus Mode, Kunst und Automobil. Sie setzen auf hochwertigen Lifestyle, der grenzüberschreitend zu verstehen ist, inspiriert vom Gedanken der pulsierenden Metropolen, in denen Trends geboren werden. Die besten Teile davon haben wir hier für diese Metrovision-Show in Kooperation mit Audi gezeigt, weil eben Top-Design auf Top-Design stoßen soll. Und was ich in China festgestellt habe, ich bin sehr oft in Shanghai, wie man auf dem Video ja auch sieht, sind die Leute geradezu hungrig auf hochkarätiges, individuelles Design. Also they are ready for Audi. Und wie wir. Und Bachmeier. Die drei Dimensionen der Metrovision-Show, die Mode, das Autodesign und die Kunst, haben eines gemeinsam. Deutsche Wertarbeit. Sie steht international hoch im Kurs und ist ein Garant für Spitzenqualität, Fortschritt und High-Design.